Hallo ihr Lieben, dieses Video hat den komischen Titel Nein ist keine Negation, was aus logischer oder philosophischer Sicht Unsinn ist. Aber wie komme ich dazu? Ich weiß nicht, wer das kennt, so als Mythos. Ich keine Ahnung, ob das stimmt und wie man das überprüft haben will, ob es stimmt. Aber es gibt ja so die Erzählung, das Unbewusste kennt keine Negationen. Also so hat man es mir mal in diversen Ausbildungen beigebracht und auch bis im Kleinkindalter kennt man das vielleicht, dass man kleinen Kinder in einem bestimmten Alter. Nein, nicht die oder nicht das. Und dann machen die Kinder das gerade extra und man hat das Gefühl, sie wären renitent. Und die Wahrheit angeblich dahinter ist eben, das Kind versteht einfach nicht das Nein, sondern versteht die Energie und fühlt sich also eher das Gegenteil von negiert, affirmiert, bestätigt und macht es dann gerade extra nochmal. Und man denkt sich, also das Kind wäre trotzig oder so, aber einfach macht es, kooperiert es und macht es genau das, was man ihm gesagt hat, nämlich was es gehört hat, nämlich nicht das Nein, sondern eben, was weiß ich, Nein, nicht zur Pflanze, weil man Angst hat, dass es die Pflanze umwirft oder sich verletzt an der Pflanze und dann geht das Kind gerade extra zur Pflanze eben das so als Vorrede. Also in einem bestimmten Alter oder eben das Unbewusste würde keine Negationen verstehen. Man kennt auch dieses Übliche, nicht an einen rosa Elefanten denken und das Nicht wird nicht gehört, aber der rosa Elefant dockt an und dann denkt man an einen rosa Elefanten. Also das ist so Vorrede. Jetzt hat man mir woanders beigebracht, dass ab einem bestimmten Alter aber die meisten Menschen gelernt haben, was ein Nein bedeutet, also ein Nein verstehen. Und beides zusammengenommen kommt bei mir dann zu dem komischen Gedanken, führt zu dem komischen Gedanken in Synthese, dass Nein möglicherweise für uns ganz praktisch, ganz pragmatisch, eben gar keine Negation darstellt, sondern mit sehr handfesten, sehr konkreten Erfahrungen gefüllt ist. Das heißt, wann erleben wir, wann erlernen wir denn die Bedeutung eines Neins? Also ab einem bestimmten Alter realisieren wir in der Regel mit Bezugspersonen oder Interaktionspersonen, also mit Menschen, die für uns was bedeuten, die für uns wichtig sind, mit denen wir regelmäßig Kontakte haben, wo wir auch viel von denen bekommen oder die einfach wichtig für uns sind in vieler, vielerlei Hinsicht, dass diese Menschen eben sozusagen jetzt eine Art Widerstand, einen auch sehr physischen Widerstand bilden. In der Regel sind ja Erwachsene erstmal sehr viel physisch stärker und dann kooperieren sie auch noch, was sie nochmal zu einem größeren Gesamtkörper gegenüber uns als kleinen Menschenwesen, also ARK-Kindern, also zu einer geradezu Übermacht macht. Und diese Erfahrung, dass da also ein massiver Widerstand, ganz physischer, körperlicher Widerstand ist, das ist eigentlich die Erfahrung des Neins. Und in diesem Sinne ist dann, nein, eben keine Negation, auch nichts Abstraktes, sondern etwas ganz, ganz Konkretes. Das wiederum, jetzt kommt ein Gedankensprung, ist nah dran an einem Gedanken, den ich, was ich vor 20, 30 Jahren schon hatte, und zwar eben aus der Erfahrung damals aus dem Philosophiestudium, wo ich den Eindruck hatte, dass gerade für Philosophen, die ja mit komischen, hochabstrakten Begriffen um sich werfen und Worten, wo, ich sag mal so, der normalsterbliche, nicht philosophisch verdorbene Mensch sich denkt, wie kann man sich denn dafür interessieren? Oder das ist ja so, ich verstehe hier gar nichts und was soll das alles? Das wäre so eine natürliche Reaktion auf sehr viel philosophische Texte. Und mein Eindruck war oft, dass eben für Philosophen viele dieser sehr abstrakten Begriffe genauso handfest sind wie für andere Leute, was weiß ich, ein Schnitzel oder so, oder was weiß ich, ein Werkzeug in der Hand, dass das also sozusagen würde man, ich weiß nicht, ob man das hinkriegt, aber würde man praktisch die Leute eben unter ein Gerät, Computertomografen oder was weiß ich, auf jeden Fall einen Hirnscan machen, während sie philosophieren oder während sie eben über vermeintlich hochabstrakten Scheiß nachdenken oder reden oder schreiben, dass Hirnareale betroffen sind, die bei anderen Menschen eben dort nicht aktiv wären. Und dass eben deswegen aufgrund dieser anderen Verarbeitungsmuster für diese Menschen eben hochabstrakte Dinge überhaupt nicht hochabstrakt sind, sondern hochkonkret. Und genau deswegen funktioniert es auch. Also ich kenne jetzt irgendwas, ja, die berühmte Aufhebung bei Hegel und der dreifache Sinn, was das Wort Aufhebung heißen kann, ist alles sehr handfest gedacht und sehr konkret. Und bekanntlich sind auch Philosophen sehr begabt darin, Metaphern neu zu erfinden und neu zu besetzen. Das beginnt mit Platon und seinen lustigen Gleichnissen und Mythen, die er erzählt. Also immer schon hatte die Philosophie Bedarf an Konkretion und darin diesen hochabstrakten, formellen, logisch, dürren, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das Zaundürre-Zeug, was eigentliches Handwerk ist, sozusagen zu füllen mit Dingen, wo unser Hirn mitarbeiten kann. Und das sind halt immer konkreter. Also Dinge, die auch emotional stark geladen sind und die also für uns Bedeutung haben, die also unser Hirn überhaupt erst in Wallung oder in Bewegung bringen. Und in der Regel ist dann halt für Philosophen eher hochabstrakter Scheiß, hochkonkreter Scheiß, aber für den Rest der Menschheit halt nicht, was Philosophen immer zu allen Zeiten, an allen Orten vor große Probleme gestellt hat. Nämlich klar zu machen, warum das Bedeutung hat. Und dann beginnt die langwierige und in der Regel scheiternde Übersetzungsarbeit. Also sozusagen, es wird niemals die ganze Menschheit philosophisch werden, zum Glück. Für die meisten Menschen wird das immer ein Buch mit sieben hochabstrakten Siegel bleiben. Aber worauf ich hinweisen will, ist für die Leute, die das Zeug betreiben, ähnlich wie wahrscheinlich für Mathematiker oder auch andere Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, die den meisten nicht interessieren, das sind halt einfach immer Verknüpfungen am Werk, die halt etwas auslösen. Also die, wie es so schön heißt, emotional geladen sind oder starke Affekte auslösen oder prozessieren. Da ist sehr viel halt das emotionale System immer mit dran beteiligt. Und sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Also wäre für diese Menschen so abstrakt, wie für den Rest der Menschheit, würden sie es genauso wenig verstehen und genauso wenig machen. Da ist halt einfach eine andere Abzweigung genommen worden oder eine andere Entwicklung genommen worden, die eben diese Dinge mit anderen Dingen verknüpft, mit konkreteren oder emotionaleren Dingen. Und diese Verknüpfung ist eben halt für die meisten Menschen nicht da. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema Nein. Also Leute, die lernen, was ein Nein heißt, haben in der Regel eine sehr handfeste, sehr physische, sehr konkrete Erfahrung dahinter. Und die verknüpft sich dann eben mit dem Wort oder mit dem Begriff Nein. Also wir erleben erst mal die Dinge sehr handfest. Und von diesem Handfesten fangen wir dann, wenn wir lustig sind, an zu abstrahieren. Aber dazu muss man immer die handfeste Erfahrung erst mal gemacht haben. Das ist ja dann auch so die Sorge, die manche Leute haben, wenn man heute sehr kleinen Kindern schon Bildschirmzeug in die Hand drückt und das dann halt so schön bunt ist und sich so schön bewegt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin hochgradig mediensüchtig. Dass dann also sozusagen die Basis fehlt, wenn die Kinder also nicht vorher die Dinge tun, die Kinder halt normalerweise so machen, vor dem Bildschirmzeitalter, nämlich, was sie sich Dinge anfassen und in den Mund nehmen und halt Dinge runterfallen lassen. Also alles sehr physische Erfahrungen, dass eigentlich dann die mediale Erfahrung eigentlich sich draufsetzt auf die physische Erfahrung. Wenn aber die physische Erfahrung nie gemacht wurde, wenn sich also die Leute sofort ins Mediale verstricken, da wissen wir noch nicht so richtig, was das aus Menschen macht. Wir sind gerade dabei, es herauszufinden. Und es gibt ja auch Leute, die da vor Warnen, vor ganz schlimmen Entwicklungen. Vielleicht haben die Recht, vielleicht nicht. Wir werden es erleben. Ich bin da, die Menschheit macht die ganze Zeit Experimente mit sich selber und ich bin da auf eine fast grob fahrlässige Weise experimentierend unterwegs oder sehe es wie ein großes Selbstexperiment, was natürlich auch leicht zynisch ist, weil es halt sehr drastische Folgen und auch sehr viel Leid möglicherweise verursachen kann. Aber ich würde immer sagen, ohne Ausprobieren können wir es nicht rausfinden. Und wir probieren halt jetzt gerade viele Dinge raus. Viele mediale Möglichkeiten sind halt auch erst mal neu. Und dann fangen wir an, damit halt Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, die wir nicht machen konnten, bevor wir eben die medialen und technischen Möglichkeiten haben, die wir jetzt aber haben. Und dann, was es mit uns macht, welche Rückkopplung das wiederum mit uns macht. Erst mal machen wir ganz viel mit den Dingen, aber dann macht das, was wir mit den Dingen machen, auch ganz viel mit uns. Und was das mit uns macht und aus uns macht, können wir nur rausfinden, indem wir es eben tun. Und Antizipation ist da halt nicht so unser Ding. Wir müssen halt viele Dinge einfach doch ausprobieren, rausfinden. Das ist so. So sind wir halt, wir komischen Menschenwesen. Jo. So viel in aller, wie soll man sagen, Querverknüpfung von Dingen, die vielleicht auch gar nichts miteinander zu tun haben. Zum Thema Nein ist eine sehr, sehr konkrete Geschichte. Und eben Nein ist keine Konkretion, sondern Nein ist auf eine gewisse Weise eben eine Affirmation für uns. Und genau so können wir ein Nein lernen und lernen, was ein Nein heißt, durch eine sehr, sehr physische, sehr, sehr konkrete, eigentlich sehr, sehr affirmative Erfahrung, möchte ich behaupten. Und so lernen wir, glaube ich, alles anhand von sehr konkreten, sehr handfesten Dingen. So kommt es zumindest mir vor, in meiner, wie soll man sagen, vulgär, laienhaften Küchenpsychologisiererei, die ich hier betreibe, dass wir Menschen funktionieren. So macht es zumindest für mich Sinn, was ich mit mir selber erlebe und was ich mit anderen Menschen zu erleben. Und glaube, wie wir uns so entwickeln und wie wir uns so auch verändern im Zuge unserer Lebensvollzüge und Lebensprozesse. Ceterum sensio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Demokratie, die Politie gelost werden muss, um uns die sehr konkrete Erfahrung der gesellschaftlichen Mitmenschlichkeit zu ermöglichen. gibt es eine wirkliche des Ursachts des Schauspielers. Nein, U-M- Vielen Dank.